Die Kollwitz ist fast 50. 1914, zu Beginn des Ersten Weltkrieges. 1945 ist sie fast 80. 30 Jahre leben. Weiß einer, wie alt er wird? Frau Neujoggs war heute im Adeliers. Sie ist vorige Woche aus Paris zurückgekommen, weil bei Marjol hat die Modelle gestanden. Und ist ihr Mannchen untreu geworden. Gott sagt Signetis Frauchen, mein Mannchen, das ist so. Wie wenn ein Vogel auf den Ast fliegt, und hops, ist er fertig und fliegt wieder weg. Es soll sich halt keiner mit der Liebe abgeben. Sie brachte schon manche schöne Liebe ums Leben. Wär immer gesteckt in Liebesaffären. Zu Dreck soll er werden, zu Dreck soll er werden. Es gibt da einen Mann, der mich erwartet schon viele Jahre. Dreck soll er werden, zu Dreck soll er werden. Und wenn ich jetzt verspreche, dann bin ich zu Dreck soll. Dreck soll er werden. Kein Torn ist da, kein Gewehr. Und nun, liebe Frau Käthe, gehören Sie zum Orden der auf die Zahl 30 festgelegten Ratterschaft. Danke. Danke. So muss es gehen. Danke. 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 Danke.